Hallo und willkommen zu diesem Video. Es ist bald Weihnachten, richtig bald und ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke beisammen und könnt jetzt ein besinnlich ruhiges Weihnachtsfest genießen. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, wieder ein paar Seiten im BlaBlaJournal zu füllen. Mit dem Oberthema Weihnachten fällt es natürlich noch mal viel leichter, die Ideen umzusetzen. Das ist eigentlich genauso gut wie die Inspirationsseite zu nutzen, wenn man zusätzlich zu dem Anreiz auf der Seite noch das Thema Weihnachten hat. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich habe mich entschieden, einerseits für die Seite mit den verschiedenen Eissorten. Ich wollte zwar eigentlich nicht nach der Reihe gehen, aber ich fand das so passend für Weihnachten. Ich habe schon ganz viele Varianten gesehen, wie das umgesetzt wurde und hatte überlegt, eine Serie, die ich mag. oder sonst irgendwas und dachte, ja komm, Weihnachten, da fällt einem ja wohl jede Menge zu ein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Eventuell werde ich vielleicht die ganzen Eistüten extra malen und reinkleben. Vielleicht werde ich auch kleine Elemente reinkleben. Das weiß ich alles noch nicht. Das überlege ich mir gleich mal. Und als zweite Seite habe ich mir ausgesucht, habe ich mir einen Zettel reingemacht. Den Burger. Weil eigentlich, ich finde das Thema Burger nicht so mega attraktiv, muss ich zugeben. Aber ein Weihnachtsburger ist vielleicht ganz nett. Mal gucken. Ein Center Burger wäre doch vielleicht ganz süß. Hier werde ich wahrscheinlich tatsächlich ganz gemächlich mit Buntstiften reingehen. Auf jeden Fall nicht mit viel Farbe, also viel nasser Farbe. Ich muss noch schauen, wie ich das mache. Ich muss auf jeden Fall heute mal die Testseite benutzen, wo ich testen kann, wie die Farben sich auf diesen Buchseiten machen. Denn Gouache wäre eigentlich ganz schön, aber dafür fehlt mir leider gerade ein bisschen die Zeit, die ganzen Töpfchen aufzumachen und mit nasser Farbe zu malen. Aber ich habe Aquarellmarker, die würde ich hier gleich mal testen. Okay, Buntstifte dürften eh kein Problem sein. Und die Posca-Marke habe ich schon mal getestet. Und Acrylfarben werde ich einfach nur wieder nehmen, um Seiten zu grundieren. Das müsste, da kann ich leider kein riesiges Bild mit malen. Das kriege ich leider zur Zeit auch nicht hin. Aber, ähm, Ich vergess mich mal. Ich vergess mich mal. Ich vergess mich mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Ganz, ganz tolle Weihnachtstage. Habt viel Spaß und bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.